Grüß euch Freunde bei Wolfsbike und TourTV. Die Ducati Desert X und die Husqvarna Norden 901 waren ganz sicher jene beiden Reiseenduros, die mir persönlich 2022 am meisten ans Herz gegangen sind, die einander auch sehr ähnlich sind. Wie ähnlich, das wollen wir im heutigen Video herausfinden, wo ich sie miteinander vergleiche. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, möchte ich eine Kleinigkeit in eigener Sache loswerden. Und zwar haben mich in letzter Zeit einige Leute dankenswerterweise, muss ich sagen, gefragt, wie sie mich unterstützen können, wie sie meinen Kanal unterstützen können, der im Unterschied zu den meisten anderen kein Unternehmen dahinter hat. Also wo ich wirklich als Einzelkämpfer unterwegs bin. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr euch so Merchartikel aus meinem Back-and-Tour-Shop zulegen. Da habt ihr selber auch was davon. Das heißt, da habt ihr lässige Sachen mit Sprüchen oder mit meinem Logo drauf. Egal ob T-Shirts, Hoodies, Kaffeeheferln. Zum anderen gibt es auf meiner Website auch eine Benzinkasse, wo man was einzahlen kann. Per Paypal oder auch bei Verweisung. Und zum dritten gibt es auf YouTube die Möglichkeit der Super-Sanks unter dem Video. Auch da kann man was spenden und hat man dann obendrein noch hervorgehobene Kommentare, also besser sichtbare Kommentare. Gut, das nur dazu kommen wir zum eigentlichen Thema des heutigen Videos. Und zwar zum Vergleich der Ducati Desert X und der Husqvarna Nord 901. Letztere habe ich als Dauertester gehabt und damit gute 23.000 Kilometer absolviert. Aber auch mit der Ducati bin ich über 2.500 Kilometer gefahren. Also auch da kann ich ein bisschen was erzählen. Mit der war ich in Ungarn unten auch zum Beispiel. Und ich habe auch nie ein Hehl daraus gemacht. Ich habe auch immer wieder erwähnt, dass das wirklich beides Reiseenduros sind. So wie man ich persönlich ein Reiseenduro vorstelle. Genau diese Mittelklasse mit plus minus 100 PS, wo die Reihen gehören, mit so roundabout 200 Kilo trocken, ist meine Liga, ist meine Reiseenduro-Klasse, weil ich mit denen gut auch zu zweit unterwegs sein kann, aber auch allein auf unbefestigten Wegen, dass Spaß keinesfalls zu kurz kommt. Und so sehr sich diese beiden Motorräder jetzt vom Aussehen her unterscheiden, die eine hat das alte Kachiva Elefant Thema neu interpretiert und die andere hat überhaupt ein sehr eigenständiges Design. So ähnlich sind sie einander dann doch, was die ganze Fahrerei betrifft, was den Komfort betrifft, was auch die Ausstattung betrifft. Die kommen beide recht komplett daher. Ich will da wie in meinen Vergleichen üblich auch jetzt gar nicht an Test-Siege und an Test-Verlierer ermitteln, sondern Punkt für Punkt anschauen, was bei der einen vielleicht ein bisschen besser ist oder was mir bei der einen vielleicht ein bisschen besser taugt hat und was wieder bei der anderen. Aussehen ist sowieso immer eine subjektive Geschichte. Also mir gefallen beide wirklich. Beide haben mich, wie sie erstmals auf der EICMA 2019 präsentiert worden sind, damals noch als Studie voll mitgenommen. Und beide sind dann löblicherweise oder dankenswerterweise auch ziemlich genau so auf den Markt gekommen, wie sie damals erstmals präsentiert worden sind. Also gehen wir ins Detail, schauen wir es uns jetzt an Punkt für Punkt an. Beginnen wir beim Motor. Da setzen beide auf einen Zweizylinder. Bei der Ducati mit der bekannten Desmotromic Ventilsteuerung. Der Ducati Motor mit den 937 Kubik leistet 110 PS und ist damit der stärkste in dieser sogenannten Reisenduro Mittelklasse, die dann preislich nicht unbedingt mehr Mittelklasse ist, aber dazu später bei 9250 Umdrehungen. Und der Motor der Husqvarna leistet 105 PS bei 8000 Umdrehungen. Beide sind richtig präsente Motoren. Beide machen richtig Spaß auf der Straße, auch abseits der Straße. Ich würde sagen, die Ducati hat oben raus noch eine Eizerl mehr zu bieten, wohingegen dann die Husqvarna von unten raus schon ein bisschen präsenter ist. Das ist sicher auch dem größeren Drehmoment von 100 Nm bei 6500 Umdrehungen geschuldet. Bei der Ducati haben wir da 92 Nm. Aber die sind einander sehr, sehr ähnlich, die Motoren. Die sind beide kraftvolle, präsente Motoren. Stark genug für die Motorradtour zu zweit, auch für die Bässe hat es aber genauso auch gut zu kontrollieren. Gutmütig genug fürs Offroad-Fahren, wobei man ja bei der Ducati beim Offroad-Fahren weniger Leistung zur Verfügung hat. 95 PS noch zur Verfügung hat im Enduro-Modus. Im Rallye-Modus hat man die vollen 110 PS zur Verfügung. Also da ist bei der Ducati elektronisch ein bisschen abgestufter als bei der Husqvarna. Dann würde ich sagen, bleiben wir gleich bei den Fahrmodi. Da hat eben die Ducati ein bisschen mehr mit dem Enduro-Mode, mit dem Rallye-Mode, mit dem Urban-Mode, mit dem Touring-Mode und mit dem Sport-Mode. Nur im Sport- und im Rallye-Mode ist eben die volle Leistung zur Verfügung und sonst ist das immer abgestuft. Und dann ja auch immer im Zusammenspiel mit Gasannahme und der Intensität der Traktionskontrolle. Das kennt man. Bei der Husqvarna hat man eben einen Touring-Mode, einen Regen-Mode, einen Offroad-Mode und dann eben noch den aufpresspflichtigen Explorer-Mode. Da sind wir jetzt schon bei einem Unterschied. Während ich bei der Ducati wirklich alles ganz genau selber justieren kann, selber genau auf die eigenen Bedürfnisse abstimmen kann, brauche ich bei der Husqvarna dafür den Explorer-Mode. Auch dann kann ich mal die Traktionskontrolle in den neun verschiedenen Stufen selbst justieren, jederzeit beim Fahren und auch die Intensität des Gasgriffs. Aber bei der Ducati hat man das eben schon serienmäßig so dabei. Das ist ein kleiner Unterschied, aber ich habe eh schon mehrfach in den Testvideos der Husqvarna erwähnt, dass ich den Explorer-Mode absolut empfehlen würde, weil man dann eben auch individueller in das Ganze eingreifen kann. Mit einer Reise-Enturo ist man natürlich nicht immer nur auf der Straße unterwegs. Da macht es erst so richtig Spaß, wenn man auch die Straße hin und wieder verlässt, wenn man auf unbefestigten Wegen unterwegs ist. Und das können wirklich beide, weil sie auch beide einen ordentlichen Federweg haben. Die Ducati Eizerlmeer mit 230 mm vorne und 220 mm hinten. Bei der Husqvarna sind das 220 mm vorne und 215 mm hinten. Also ist nicht viel Unterschied. Beide haben voll einstellbare Federelemente, also sowohl die Gabel als auch das Federbein sind von beiden voll einstellbar, individuell anpassbar. Von der Grundabstimmung hätte ich die Husqvarna um eine Spur komfortabler gesehen. Die Ducati ist ein dick sportlicher, aber das kann man sich eben wie gesagt selber einstellen, selber justieren. Bei der Ducati braucht man dafür einen Schraubenzieher. Bei der Husqvarna geht es ein bisschen einfacher, bei Hand mit Klicks. Die Husqvarna hat die hauseigenen, KTM hauseigenen WP Fahrwerkskomponenten. Die Ducati Kayaba Elemente, beide sind sehr sehr gut. Von der Gabel her habe ich bei der Ducati 46 mm, bei der Husqvarna also ein bisschen dicker bei der Ducati. Von der Bodenfreiheit schenken sie einander auch so gut wie nichts. 250 mm bei der Ducati, 252 mm bei der Husqvarna. Und die haben beide richtig Nehmerqualitäten. Also ich war bei beiden wirklich überrascht, wie gut sich die im Offroad fahren lassen. Bei der Husqvarna haben wir da diesbezüglich auch noch ein bisschen diesen Vorteil des tief nach unten gezogenen Tanks, der den Schwerpunkt nach unten drückt und und dadurch ist sie vom Handling her doch ein bisschen einfacher zu fahren als die Ducati. Aber beide können richtig viel, wenn es auf unbefestigte Wege geht. Da wird in den meisten Fällen zuerst einmal der Fahrer der Grund sein warum es nicht mehr weiter geht als das Motorrad. Beide haben auch die klassischen Enduro Rad Dimensionen mit 21 Zoll vorne und 18 Zoll hinten. Beide haben serienmäßig den Pirelli Scorpion Raleigh STR aufgezogen. Das ist ganz einfach ein Reifen, der momentan sehr sehr gern als Erstausstattungsreifen verwendet wird, weil er zum einen gut aussieht und zum anderen aber auch wirklich auf der Straße sehr gut funktioniert, dass er einen auf der Straße praktisch nicht einschränkt und trotzdem abseits der Straße, solange es nicht gatschig wird, eigentlich auch recht viel kann. Also wirklich gute Wahl für Reiseenturo und für das, was die meisten von uns mit einer Reiseenturo gerne fahren. Von der Sitzhöhe ist die Ducati mit 875 Millimeter höher als die Husqvarna mit 854 oder 874 Millimeter. Also da kann man den Sitz in zwei verschiedenen Positionen einstellen, allerdings nur auf dem Papier, weil de facto durch den breiten Sitz, durch diesen großen Schrittbogen der Husqvarna kommt man genauso gut oder schlecht wie bei der Ducati runter. Also das ist ganz einfach gefühlt doch um zwei Zentimeter höher als die meisten anderen Reiseenturos mit der vergleichbaren Sitzhöhe. An der anderen Hand hat man dafür mit der Husqvarna einen Sitzkomfort, der fast konkurrenzlos ist, also wirklich auch auf langen Etappen. Ich bin da einmal am Weg nach Albanien runter, 1123 Kilometer am Stück gefahren, wirklich nur zweimal zum Tanken stehen bleiben und ich habe überhaupt kein Problem mit den Sitzen gehabt. Also einen bequemeren Sitz auf einer Reiseenturo als den bei der Husqvarna kenne ich eigentlich nicht wirklich. Die Ducati kann da nicht mit, was den Sitzkomfort betrifft, ist aber auch absolut langstreckentauglich. Also auch im ordentlichen Reiseenturoschnitt, da ist eben die Husqvarna wirklich fast unerreicht, dass das Ampere langt. Punkt der Ergonomie muss ich sagen, ist der Kniewinkel bei der Husqvarna um einen dicken spitzer als bei der Ducati. Da habe ich ihn bei der Ducati ein bisschen entspannter gefunden. Stehendposition bei beiden sehr, sehr angenehm, sehr, sehr ausgewogen. Ich bin 1,75, ich habe da bei beiden keine Lenkerhöhung gebraucht. Wenn einer größer ist, da bietet sich vielleicht eine Lenkerhöhung an, je nachdem wie man es selber gewöhnt ist. Aber beide sind da wirklich sehr, sehr ausgewogen. Beide haben eine angenehme Sitzposition, wie gesagt bei der Husqvarna, um einen spurenspitzeren Kniewinkel dafür, den weitaus bequemeren, komfortableren Sitz, auch was das Fahren zu zweit anbelangt. Auch da hat sich die Sozia, die Mel auf der Husqvarna doch noch um ein Eck komfortabler gefühlt als auf der Ducati. Der Windschutz mit den relativ kleinen Schildern zählt bei beiden nicht zu den besten. Mich persönlich stört das nicht wirklich, aber ich will das schon auch erwähnt haben. Wenn wir aber jetzt noch kurz beim Offroad fahren bleiben, beide können wirklich auch grobes Terroir meistern. Allerdings muss man da bei der Ducati ein bisschen aufpassen. Die hat zwar einen schlankeren, schöneren Auspuff, das wird allerdings mit dem Behälter unter dem Motorrad bezahlt. Und der liegt ziemlich frei, also da kann es wirklich passieren, dass da Bodenkontakt kommt. Da sollte man sich wirklich noch etwas einfallen lassen, was den hinteren Motorschutz betrifft. Also der Motorschutz vorne ist sehr robust, aber hinten, wo es dann beim Auspuff rausgeht, da ist es schon ein bisschen anfällig. Und was auch noch ein Kritikpunkt an der Ducati ist oder ein Vorteil bei der Husqvarna, wenn man so will, was das Offroad fahren anbelangt, was das Fahren auf staubigen Straßen anbelangt. Der Luftfilterwechsel erfolgt bei der Husqvarna einfach, indem man die Sitzbank runter nimmt, zwei Schrauben löst und ihn raus zieht. Und bei der Ducati muss man dafür den ganzen Tank abbauen. Also das ist wirklich mühsam. In dem Punkt hat man die Hausaufgaben nicht ganz gemacht. Wenn man einerseits sagt, das ist eine Ducati für die Wüste, fürs Fahren im Staub und dann für den Luftfilterwechsel wirklich einen großen Aufwand betreiben muss. Ansonsten von den elektronischen Fahrhilfen sind beide top ausgestattet. Du hast bei beiden Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle. Du hast bei beiden serienmäßig einen Quickshifter. Du hast bei beiden serienmäßig Tempomat. Also die sind wirklich rundum sehr, sehr gut ausgestattet. Was beide nicht haben, was bei einer Reise-Enduro, bei einer voll ausgestatteten Reise-Enduro vielleicht auch noch ganz gut wäre, ist ein Hauptständer. Und eine Griffheizung, das ist bei beiden ein extra. Auch vom Gewicht schenken sie einander nichts. Du hast bei der Ducati 203 Kilo trocken und bei der Husqvarna 204 Kilo trocken. Vollgedankt ist wieder die Husqvarna ein bisschen leichter mit knapp 220 Kilo und die andere 223 Kilo. Das ist auch dem ein bisschen größeren Tank geschuldet von der Ducati mit 21 Liter gegenüber den 19 Liter von der Husqvarna. Beim Verbrauch ist die Husqvarna bei mir mit 4,7 Liter auf 100 Kilometer ein bisschen unter der Ducati gelegen, die sich 5,3 Liter in meinen Test gegönnt hat auf 100 Kilometer. Was aber bei beiden eine Reichweite von knapp 400 Kilometer realistisch erscheinen lässt. Der eine oder andere wird vielleicht ein bisschen weiter kommen. Wenn man es ein bisschen flotter angeht, wird man aber auch zumindest 350 Kilometer weit kommen. Und das ist wirklich ordentlich für Reise-Enduros. Beide haben sie auch einen Lenkungsdämpfer serienmäßig, das ist auch nicht überall üblich. Beide haben es ein 5 Zoll TFT Farb Display, bei der Ducati im Hochformat ist ein bisschen Roadbook mäßig, bei der Husqvarna im Querformat aber beide sehr sehr gut abzulesen. Beide haben eine gute logische Menüführung, die mir persönlich bei der Husqvarna um einen Tick sympathischer war. Aber auch bei der Ducati findet man sich bald zurecht. Also das ist eh immer so, wenn man etwas öfters bedient, wenn man mit etwas öfters fährt, dann findet man sich gut zurecht. Ist beides sehr sehr gut aufgebaut und bei beiden kann man eben sehr sehr viel einstellen. Bei der Ducati, wie erwähnt, ab Werk mehr als bei der Husqvarna, wo man für die wirklich individuellen Einstellmöglichkeiten sich noch den Explorer-Modus gönnen müsste. Bei der Ducati habe ich dann obendrein noch die Möglichkeit von Zusatztanks und kann damit das Tankvolumen auf 29 Liter erhöhen. Die schauen auch sehr sehr gut aus, allerdings trotzdem mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass wenn die montiert sind, das Kofferset nicht mehr zu montieren ist. Also da muss man sich dann eine Soft-Gepäck-Lösung nehmen. Das finde ich jetzt kein großes Problem. Aber es wäre vielleicht doch ein bisschen besser gewesen, wenn das auch noch funktioniert hätte mit dem Koffersystem. Punkto Standgeräusch sind auch beide bereit für die entlegensten, außer fernsten Straßen in Tirol. Also da hat man kein Problem mit den 95 Dezibel-Verordnungen. Die Husqvarna hat da überhaupt nur 90 dB und die Ducati ist mit 94 dB auch absolut im grünen Bereich. Auch das Serviceintervall ist bei beiden sehr sehr reisefreundlich, benutzerfreundlich mit 15.000 Kilometer. Bei der Husqvarna 15.000 Kilometer oder einmal im Jahr. Bei der Ducati dann sogar 15.000 Kilometer oder alle zwei Jahre. Bei 30.000 Kilometer wird dann das Desmotromic-Service fällig, das dann wahrscheinlich ein bisschen teurer wird. Aber an sich haben beide auch wirklich für Vielfahrer interessante Serviceintervalle. Also ihr hört es da eh schon raus, die beiden Motorräder sind einander wirklich extrem ähnlich. Da wird es in erster Linie wahrscheinlich darum gehen, welche gefällt mir besser. Weil beide wirklich auch bereit sind für die groben Geschichten, genauso eben auch für die Straße, für lange Touren. Ein Argument könnte auch der Preis sein, da haben wir schon einen Unterschied. Beide sind ja wirklich wunderbar ausgestattet. Vom Preis her liegt die Ducati aber schon ein bisschen drüber. Und zwar hat sie auch jetzt im 2023er Jahr noch einmal ordentlich anzogen auf 19.995 Euro in Österreich oder 16.790 in Deutschland. Das ist für so eine Mittelklasse-Enduro schon absolute Oberklasse, was den Preis anbelangt. Bei der Husqvarna fiel die Preiserhöhung nicht ganz so drastisch aus. Es ist aber auch 600 Euro teurer geworden gegenüber dem Vorjahr. Da sind wir jetzt auf 16.999, also doch um 3.000 Euro billiger. Und in Deutschland auf 15.199 Euro. Also das könnte natürlich auch ein Argument für den einen oder anderen sein. Auf alle Fälle macht da meiner Meinung nach mit keiner was falsch. Machen beide riesen Spaß, sind beides wirkliche Reise-Enduros. Das heißt Reise-Enduros, die sowohl für die Langstrecke tauglich sind, als auch dann für gröbere Geschichten, die auch als Alltags-Motorräder taugen, also für den Weg in die Arbeit und dann eben auch für die große Tour. Trotzdem hoffe ich, dass es mir gelungen ist, dass ich in dem Video ein bisschen die Unterschiede für euch herauskitzeln habe können. Sie sind eben, wie gesagt, nicht allzu groß. Wenn dem so ist, dann lasst mir einen Daumen hoch da, schreibt es in den Kommentaren unten rein, was ihr von den beiden Motorrädern haltet, ob es vielleicht schon die eine oder andere daheim stehen habt, ob es überlegt, seine zu kaufen, würde mich interessieren. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ganz, ganz wichtig, hört es mir noch auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. Ja, nicht nur den Kanal abonnieren, sondern auch die Glocke aktivieren, damit es meine Videos in Zukunft nicht mehr mehr versäumt. Bei der Husqvarna 15.000 Kilometer oder einmal im Jahr, bei der Ducati sogar 15.000 Kilometer oder zweimal im Jahr. Ah, ah.